Heute machen wir uns leckere Bratkartoffeln. Bleibt dabei, bei Kusanim kocht, bei mir zu Hause. Dazu machen wir uns dann auf der zweiten Pfanne ein Spiegelei. Bleibt dabei, ich freue mich drauf. Vom Beobachtung der Biertel식anten sichere вет. Wenn Sie das Lecker vornehmen, ist das eine Töcherstere. auf der Biertelung der Biertelung der Biertel zurück kannst, Sobald der Biertelung der Biertelung also, wenn ich es hier dringend wäre, Wenn das hier ist, dann werde ich den Biertelung der Biertelung. Unmutzung. Wenn es der Biertelung ist, Zitzen Sollte Vielen Dank. 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 Vielen Dank.